UNTERTITELUNG Anfang 1952 Mit dem Traktor habe ich angefangen zu bauen, Holzeufirmen und Baumaterial auch zu bauen. Und natürlich war da in den Boazen noch keine Strasse, die fällt weg. Und 32% Steigung im Traktor ist selber gefordert. Da ist mir keiner gefordert. Die Entwicklung unserer Firma geht jetzt fast 70 Jahre. Es ist jedes Jahr ein bisschen was dazugekommen. Anfänglich über meinen Papa noch. Später, seit 1995 Jahren, wo ich jetzt eigentlich in Betrieb führe, der Vater ist vor allem noch ein bisschen dabei. Auf den Baustellen draußen hat er Kontakt zu unseren Mitarbeitern und dazu einige von ihnen seine Kunden noch. Und so hat es sich halt ergeben, dass wir inzwischen angewachsen sind auf einem Betrieb von über 70 Mitarbeitern. Und sein Heim ist das, was wir sein, ja. Und so hat es sich ja